ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Ja. Oder Schimmel. Hat als Jürgen begonnen und es endet als Quark. Quark. Oder Schimmel. Quark. Das ist dann das Fruit Flavor oben drauf. Julian, Julian, wenn der Schimmel drauf wächst, dann lass ich's einfach in Frankreich, dann verkauf ich's als Camembert. Ja, genau. Das sind meine Maßnahmen. Ja, wie sind die in Frankreich? Da kannst du das einfach stehen lassen. Nee, Luxemburg wäre da so ein Mist. Mario? Ja. Auf T gibt's nen Turbom. Ja, ja. Ja. Okay. Turboboost. Turboboost. Kit, berichte mal. Und er legt ja, ja. Und er legt aber wirklich. Alter. Ja, ne, der wabert wie Sau, oder? Hä, aber warum seh ich euch dann flüssig fallen, das versteh ich nicht. Ja, weil's für dich noch flüssig ist. Ja, nee, das ist aber sehr flüssig, also... Boing, boing. ...flüssig. Schmeckt der Gläserelte. Ich glaub, da steht einer auf dem Standstreifen also. Ich glaub, da steht einer auf dem Standstreifen, also. Ich glaub, da steht einer auf dem Standstreifen, also. Ja, kann... Ja. Erfahrener Anleger, muss noch wegenlegen. Oh, Carsten! Ja, da steht einer auf dem Standstreifen. Ja, dann tue ich es weiter. Jetzt bin ich vorbei. Boar, war aber knapp hier. Wer das erkannt hat, ist treuer Captain Unbrauchbar Zuschauer. gewesen gewesen damals boing 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 das ist ganz witzig mit dem Josh auch Captain Unbrauchbar da hab ich mit Omsi angefangen echt? ja ich hab den früher auch geguckt also früher als er noch lustig war ja der macht auch keine Videos mehr oh Josh ist ja wohl der ist auch irgendwann einfach nicht mehr lustig gewesen Josh ich hab das gefühl deine Zugmaschine hat Parkinson das passiert aber klar wird bei jedem was? das Parkinson oder das? dass irgendwann mal lustig wird ach so ja dann müssen wir auch bald aufhören oder sofort ach ne solange die Leute das noch lustig finden und sie finden es noch nicht die gucken das nur aus Mitleid hab ich ja auch Leute schreibt es doch mal in die Comments die AboBox ist sonst leer und dann oh der Mario ist neben mir und da zieht auf meine Spur das Mario gar nicht wahr doch du warst mit den Rädern drüben hab ich doch gesehen hallo Carsten du siehst du siehst jetzt nur ein bisschen mehr als ich da du überhaupt Räder ja ich ja ich mehr als ich ja bitte der Mario der hat so'n so'n Drang in der Mitte auf den Strichen zu fahren mhm wenn die Striche in der Mitte sind dann bist du richtig wenn die Striche josh 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 die Striche ich hab da das ist da kannst du noch da kannst du noch da kannst du sonst was dazwischen durchschieben soweit bin ich von der Mittlinie weg hm m ganz durchschieben das ist das ist äh aber ja oh du 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 dich halt das hab ich gehört aufgrund hast du schürzen was mario immer macht 30 seine dampfe zieht ich finde ich ja witzig was ist charakteristische geräusch das also witzig gab eine zeitlang gleich genau das hier gab eine zeitlang haben die raucher aus der uni das auch mal ausprobiert in dem raum hast du nichts mehr gesehen weil er ein stück gleichzeitig gemacht haben und dann haben die er so richtig schön so gefühlt ewigkeiten so kass und dann den ganzen rauch voll gedampft mit ihrem ja das geht ganz gut also wir haben bei an die ökzion auch schon den rauch fahr mal vor wir müssen nämlich links ja du bei dir doch auch schon oder bei mir auch schon ich so vor aber das lustiger wenn das zu zweit macht hä müssen wir rechts runter oder was hä das ist ein kreisverkehr also ich müsste nach links sind ja im kreisverkehr bitte rechts runter die nächste auffahrt vorne machte man mitreißte bescheid bei oben links zu werden was war denn da warum ist der andere da durchgekommen und ich nicht dieses ob sie ja dass das klang so ehrlich aber ich hätte sonst aber peter das ist schon okay denn ich musste voll bremsen weil er ja ja da auf einmal gewerft hat zu 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 hier wir biegen an der Ampel rechts ab ich bleib mal da stehen damit links ja also spielen wir jetzt hier super bei was also haben wir jetzt hier super bei ja wir fahren mal weiter wir müssen ja noch was frei recht recht geschickt akademisch definitiv wo muss es so nochmal in wir heute Transfer links hallo leute hallo leute ja das wünschen sich die Leute zurückkehren also die hallo leute doch auch auf der Tieren zum Beispiel hallo leute aber auch dann dann auch in der in der bekannten Betonung der Heilige Heilige Hälfte aber ich dachte ja haben Leute neuner das aber die Leute also ich wünsche mir um die Omae leute das hallo leute ich sage mal immer leute und willkommen zu um sie zwei London ich sage es ist ja wenn nämlich direkt von hier wird nach London so der james der james wird sich erkennen ich grüße euch aber sagt dass er der Klinik Leitklar grüße euch und ich habe die große euch zu einer neuen Folge von ein Loop zwischendurch er hat ihn da gehupt ich stehe ihm den Weg abgeschnitten eh na da ist Hanna über die rote Hand mitfahren ja ich doch ne dann hast du so wahr verdäht der Josch hast du verdient, hast du gehört? Titel, Titel, Titel Josch hast du ne Fracht gefunden? ja genau hier bis wohin? London ja geil, der geil der war frei, ne? komm mal weiter wir haben schon wieder besucht der auf uns wartet seht ihr das? ich muss nur noch gerade die Straße freischalten die der Carsten vorhin schon freigeschaltet hat solche Dreckers ey so ein Dreck ist so so huiii da stehen ja welche auf der Straße ja mochte so ein Spaß wo die in Latter? wo die in Latter? London, ja äh London nach Josch? äh ja ja zu welcher Firma? wir fahren aber erstmal nach äh erst mal woanders wo ach ne wir fahren doch erstmal nach Latter ja wir fahren doch erstmal nach Latter ja wir fahren doch erstmal nach Latter ja cool sind denn alle da? und dann fahren wir aber wo ist die da? nee wir sind nach London, ne? dann bleibe ich mal stehen und warte an der roten Ampel Wie fahren wir nach London? Von Süden. Ja, können wir machen. Nach unten rein. Unten rein? Moment, muss ich gucken auf der Kamera. Aber warum denn? Hä? Wie unten rein? Ja, von unten rein, natürlich. Warum denn? Weil der Kraus ist. Ne, weil wir sowieso da von unten rein sind. Meiner schickt mich... Meiner schickt mich oben in den Kreis. Meiner schickt mich jetzt... Meiner schickt mich jetzt hier rechts rum. Ja, wo müsst ihr denn hin? Nach London. Pro Speed. Wie, 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 wie... Ich muss auch nach Pro Speed. Ja, also untenrum. Ja, wir können ja jetzt hier... Also, ich soll jetzt hier rechts rumfahren, sagt man. Ja, sowieso. Ja, das sowieso. Echt? Von Englisch auf Deutsch? Ja, das kann ich ohne Hilfsmittel. Ja, ganz. Nicht gut. Also, ich, ich muss heute zwar... Ist der Peter denn schon da? Arsch, Arsch... Bin sofort hinten. Irgendwas, irgendwas mit Arsch musste ich heute mir mal googeln. Ich das nicht wusste. Irgendwas mit Arsch? Ja, Arsch, äh... Arsch ist der Bogen oder Arsch? Nee, Arsch. Arsch, A-R-C-H. Ja, aber Arsch... Ja, hängt jetzt ein Bogen, oder? Bogen oder Winkre. Ja, oder, oder Schelm und... Arsch... Aber, aber das genaue Wort war Arsch Buster oder so. Das, das sind so, so Gummiteile, die um den Radkasten kommen, um den Radkasten vor Rost zu schützen. Ach, die. Äh, äh, äh... Ja, die kann man, die kann man beim MRN Lion City A21 mit ner, äh, CTI Variable ein- und ausschauen. Guck mal. Mhm. Aber es sind dann nur solche, solche Gummiprotections und nicht solche hässlichen Borsten dran noch mit, oder? Borsten. Ja, aber es gibt schon für Busse solche Borsten. Ich glaub, es sind dann, ich glaub, das sind dann tatsächlich die Borsten. Bäh. Ich hab's ja jetzt nicht eingeschaltet gehabt, ich kann ja jetzt nix zu sagen. Aber der ist ja an, äh, allen außer an Carsten vorbeigegangen, der Bus. Ich hab, ich, wie gesagt, ich hab ihn gesehen, hab gedacht, das wär ne Mod. Ich hab ihn da nicht... Ich hab ihn jetzt mal geladen. Ich hab ihn mal dran. Wer ist der Bus? Der A21 von V3D. Von V3D nur ohne Turm. Also jetzt der tatsächliche A21, nicht der, der A21, der als 37er verkauft wurde. Äh, andersrum. Die verkauft wird ja sowieso nicht. Ja, aber geuploadet wurde. Weischt. Der Webdisk verkauft. Genau, in der Webdisk für 0€ verkauft. Und upload neu. Also ich sag dazu nur eins. 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 Da ist der Legiaja. Jetzt geht das grad wieder. Oh, hier ist er schon noch collision zone. Ich hab grad einen kleinen Schreck gekriegt beim... Das war aber ein Drempel, du. So. Let up the Drempel. So. Dover. Eingestimmt. Fass ich dir noch ein Stück vor. Nach Dover. Nach Dover. Ist das das schön hier, ne? Ist das ein Dover, du? Oh, die Fähre sieht total geil aus. Also, wir sind ja doof, aber die Amerikaner sind dover oder wie? Die Engländer sind dover, wenn. Die Engländer sind dover, wenn. Weniger prozentual. Die haben aber nicht Trump gewählt. Genau. Was hat der Peter vorhin noch für einen schönen Witz gesagt? Ich fand den gut. Was liegt's, was das? Was grenzt an Dummheit? Von Dummheit. Kanada und Mexiko. Warum fahr ich denn rückwärts? Will ich doch gar nicht. Ihr seid ja spaßig. Hui, jetzt bin ich da über die Kante unten gefahren und hab ein Prozentual angegriffen. Aber ich hab das selbstverständlich nicht selber ausdenkt, sondern... Du kannst schon durchfahren, wer nicht mehr Thumbnail macht, das ist kein Problem. Das war nicht mehr ironisch gemeint, du kannst wirklich rausfahren. Wer hat denn hier die Funzel an? Ich hab gespeichert. Ich hab gedacht, fahr aus meiner Thumbnail raus, fahr aus meinem Thumbnail raus. Und ich hab gespeichert. Leute, ihr wisst ja jetzt, auf welcher Straßenleiter fahren müssen, ne? Ja, in der Mitte. Richtig, wir fahren jetzt auf der falschen. In der Mitte fahren jetzt links. Ja, das war halt. Aber warten, bis wir alle collected haben. Was alle collected haben. Ja, ich mach jetzt. Ich hab jetzt ganz viele angizismen, damit der James nicht auch... Ah, Jörg, mach nicht beide Witze nahe. Was hat der hier schon gesagt? Der hat eine halbe Sekunde nach mir Kollektor sich nicht gesagt. So, waren wir alle da? So, waren wir alle da? Weil ich noch gesagt hab, das wär ein ETS-Kollektor sich nicht mehr. Das wollte ich noch anhängen. Sie wurde etwas länger. Ich find das total schlimm. Der Josch denkt immer meine Witze. Einmal durchmelden, alle da? Bin da. Jaaaa! Ja, ich sowieso. Hallo Carsten. Hallo. Hallo James. Okay. Hallo. Ich komm in diese Straßentexturen nicht... Also da wo wir jetzt gerade drauf waren, die kommen mir aus Krummenar so bekannt vor. Ja. Okay. Hallo Julian. Hallo Josch. Ich hab' den Helden. Mach der Bier, komm. Ich mein' der kann ja aber nicht mehr vorn. Ist egal. Na, es egal. Komm, wir schmeiß' mal rüber hier. So, was ist denn jetzt? Der fährt hinterm James? Ich? Ich? Ah, du bist ja daher, wirst du ja noch nicht bei... Bäh, hier, hier. Hier bitte schön. So, ich will hier. Blöpp, blöpp. So. So, hier bremsen sie. Warum hab' das jetzt so unverhofft, dass ich gebremst hab, ja? Unverhofft kommt auf... Ich hab einfach drauf gehalten. Ich heiße Unverhofft. Was? Ist ja nichts passiert. Ja. Mein Gott, ey. Bei wie unverhofft? Unverhofft kommt auf, ich heiße unverhofft, ja.